Also nach der Schule wollte ich erst mal sehen, wo mich mein Weg hinführt. Also irgendwas mit Menschen, Leuten helfen, mich um Menschen kümmern. Ein Krankenhaus ist quasi wie eine eigene Welt. Da kommen viele Menschen zusammen mit unterschiedlichsten Problemen, Charakteren, unterschiedlichen Erkrankungen. In der Ausbildung lernt man überwiegend die Handlungsschritte besser zu beherrschen. Verbandswechsel durchzuführen, unter Umständen auch mit Hilfe von Ärzten, gegebenenfalls auch die Physiotherapie zu unterstützen. Das Schönste an der Ausbildung ist zu sehen, wie es an Menschen immer mehr und mehr besser geht und nachher auch ein Danke zu erfahren. Größere Aufgaben müssen wir beherrschen, sozusagen einen operativen Eingriff vorzubereiten. So ein Schnitt will perfekt gesetzt sein. Mit Ideen Menschen helfen, das ist ein Job mit Zukunft. Musik 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 Musik